Hallo meine Leute, herzlich willkommen zum großen Finale im DFB-Pokalsaison 2023-2024, das große Finale. Los geht's heute um 20 Uhr live im ersten Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event. Sky Sport UHT, HDR und in der Sportschau im Radio. Heute um 20.30 Uhr der 1. FC Kaiserslautern spielt gegen Bayer 04 den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Und das Ganze geht 1 zu 3 aus für den ersten für Bayer 04 Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch, 1 zu 3. So das war's mit dem Finale des DFB-Pokals, mit den Predictions der für die Saison 2023-2024. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch den DFB-Pokal zu tippen. Ich hoffe auf nächste Saison und so lassen, like da lasst noch, oder gut geht's, ciao.